Der Waffenstillstand wurde gebrochen, aber hier kommt zurück. Haben wir den Mist nicht hier weggeräumt? Ihr wollt Frieden? Kein Thema. Bleibt auf eurer Insel. Sie ist keine gute Fee. Okay, immerhin mal eine praktische, bitte. Ganz schön viel verlangt, Kumpel. Oh, das war ja mal sechs. um Isaac, fuck, durch dich wurde eine Verrückte zur Märtyrerin. Ja. Ja. Was ist das? Die Sonne geht unter. Die Sonne geht unter. Die Sonne geht unter. Die Sonne geht unter. Was meinst du? Das ist eine Ehre, aber das Wurfsland ist trostloser, als ich dachte. Wie konnte man jemals hier leben? Wir sind von der Prophetin gesegnet. Dank ihr leben wir einfach. So viele Gebäude, dieser Überfluss, diese Verschwendung. Ihr Untergang war selbst verschuldet. Möge uns ihr Licht durch das Dunkel führen. Halt dran! Geht! 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 Der Wolf ist auch hier! Der Wolf ist auch hier! Okay. Oh, wow. Oh, ich habe gesagt, dass die dich nicht erwischt haben. Oh, okay. Okay, okay. Was ist das? Oh Gott, oh Gott. Was ist das hier? War klar, direkt in ein Scar-Lager gerannt. Schlussend. Die Ältesten wird es freuen, so nah bei Nertürator zu sein. Verdammt. Dieser Ort ist rau, aber er erfüllt seinen Zweck. Also, sollen wir auch nach den Ausreißerinnen suchen? Emily führt bei Sonnenuntergang einen Trupp in den Wald. Sie findet sie. Gut. Möge die Prophetin Gerechtigkeit walten lassen. Mögen sie als Beispiel für andere dienen. Möge die Propheten. Komm, wo bin ich nur reingeraten? Du wöchst mit. Komm, wo bin ich? Du wöchst mit. Du wöchst mit. Frick! Okay. 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 Whfest war. Okay. 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 Jetzt muss ich runter zur Straße. Popsi! Lass mich los, Frau Dumpf! Lass mich los, Frau Dumpf! Lass mich los, Frau Dumpf! Owen! Owen! Hey. Hey. Ist alles okay? Ja. Schlechtes Timing? Nein, nein. Und was gibt's? Gibt es Befehle? So ähnlich. So ähnlich? Weißt du was? Wie wäre es, wenn wir Isaac einen Moment mal vergessen? Owen. Wann warst du das letzte Mal hier? Sieh dich um. Sieh dir alles an. Was hast du gemacht? Moment. Ist Alice auch hier? Draußen mit Mel. Ist bei euch alles okay? Läuft die Beziehung gut? Äh. Größtenteils ja. Ich mein, sie ist schon richtig süß. Ganz im Gegensatz zu mir. Oh. Hinter deiner harten Schale steckt auch ein weicher Kern. Dein schlechtes Gedächtnis. Selektives Gedächtnis. Wie auch immer. Was hast du gemacht? Naja. Ein paar Pflanzen entfernt. Bestrichen. Das ist... tropisch. Wo hast du das her? Weißt du noch der Partyladen am Highway? Es war ganz schön schwierig, das Ding bis hierher zu kriegen. Hast du Bogenschießen geübt oder sowas? Oder sowas. Abby, komm wieder runter. Wieso? Versteckst du was? Ja. Ich glaube, du hast das hier unten noch nicht genug gewürdigt. Komm schon. Okay. Ah. Das erklärt die Zielscheiben. Oh ja. Mel und ich machen hier einen kleinen Wettkampf. Oh äh. Ich glaub nicht, dass dir das Spaß macht. Es... es ist ziemlich kompliziert. Ich weiß, was du da machst. Und es funktioniert. Die Regeln? Okay. Siehst du die Scheiben? Ja. Triff möglichst viele, bis die Zeit um ist. Wenn ich gewinne, schreibst du meinen Namen da dran. Na klar doch. Nummer eins. Ich bin stolz auf dich. Zwei geschafft. Aber noch nicht alle. Oh, gut gemacht. Heilige Scheiße. Fünf. Du hast geschafft er. Sei ganz locker. Zwei, um mich zu schlagen. Kein Druck. Zwei, um mich zu schlagen. Kein Druck. Ich bin gerade ziemlich stolz. Du brauchst nur noch eine. Nicht verpassen. Nur noch zehn Sekunden. Fünf. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Geschafft. Ha. Beim ersten Mal. Wie gefällt dir das? Ja. Ganz toll. Du kannst einfach alles. Sei still und schreib meinen Namen auf. Mach ich. Später. Ähm. Hast du Angst, dass Mel rauskriegt, dass ich hier war? Nein. Das ist dir egal. Dann schreib meinen Namen auf, Owen. Okay. Ganz ruhig. Okay. Es gibt noch eine Sache, die ich dir zeigen möchte. Äh. Kann ich jetzt nach oben? Ja. Ist das die Leiche des Kapitäns? Die habe ich schon gesehen. Hast du ihm eine Weihnachtsmütze aufgesetzt? Was? Nein. Das wäre eigentlich ziemlich cool. Nach dir. Hast du das alles gemacht? Sehr festlich. Warte, bis du alles siehst. Setz dich. Sieh dir die Aussicht an. Und jetzt? Probier das. Oh. Na klar. Banausinn. Soll ich etwa lügen? Ja. Natürlich. Äh. Ja. Sie ist, äh, verrückt nach Weihnachten und wir haben Jahrestag, also… Das finde ich echt süß. Ach, fick dich doch. Ach, fick dich doch. Nein, ich wünschte… Jemand würde mich so sehr lieben, dass er das macht. Verdienst du doch nicht. Was? Geschenke? Oder jemanden, der mich liebt? Warum hast du so gute Laune? Hab ich das? Lass das Training heute sein. Abby, wenn der Mond aufgeht… Ich hab Joels Bruder gefunden. Er ist in einer Siedlung in Wyoming. Woher weißt du das? Ein paar Fireflies, die mit ihm gedient haben, wurden geschnappt. Ich dachte, er ist da schon lange weg. Ja. Haben… diese Typen noch was von ihm gehört? Es ist ne Spur. Ich muss dem nachgehen. Okay. Aber selbst wenn er wirklich da ist… und du ihn findest… weiß er vielleicht nicht, wo Joel ist. Stimmt's? Sagst du's den anderen? Es sind alle an Bord. Mail eingeschlossen. Wir können nächste Woche los. Isaac lässt niemals so viele Leute aus der Basis. Er ist einverstanden. Bullshit. Wem ist Gerechtigkeit wichtiger als Isaac? Er weiß, was Joel getan hat. Hey. Wir machen das gemeinsam. Klar? Klar. Wir machen das. Man, man. Wir fahren das. Man, ich kann das. Ja. Ich kann das. … UNTERTITELUNG UNTERTITELUNG Nein! Sie sind voller Sünde. Befreie sie, damit sie auch meinen. Yara! Wo ist die andere Abtrünnige? Sturze die Flügel! Hier! G 했던 Einzelnen Sieg Gوب Gästchen 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 Eich Gästchen Oh Die Arra Die Dämonen kommen Schneid sie ab Sie gehört zu ihnen Die Dämonen Die Dämonen Die Dämonen Die Dämonen Sie sind auf der Hut Warte 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 Warte